es war im herzen die schütte und tun so dann gebe ich glaube ich gleich aber den schatten schlüssel falls immer so trug wer hat hier zugebaut luminos ich war ja nicht vorstellt wird es zu guter kriegst halt keinen schatten schlüssel ich hab gedacht an der stelle da wo wir früher immer in der schwecke sind und brauchen wir noch ein paar mehr kraft habe ich nicht gehört nicht und außerdem wollte ich eine reaktionszeit prüfen da in lava geschwollt ist praktisch er hat nur mindestens geschmolzen lustig ne ich habe unabsichtlich so ein brocken gestein aber was ist denn jetzt ich hasse es habe ich das schon erwähnt habe ich noch nicht oder ich glaube nicht was hast denn du jetzt ich hasse alles vor allem die welt ich war ich war ich war ich war du hast bestimmt wieder irgendwas dahin gemacht oder du hast doch bestimmt wieder irgendwas dahin gemacht wo wo ach komm das doch jetzt mies na gut, ich lasse es, du fährst nicht zu machen irgendwann bist du dein ganzes Geld los Au, Flattermaus Fledermaus heißen die Ich nenne sie jetzt Flattermaus Sehr gut Okay, da ist wohl gerade Ja, da ist gerade mein Internet einmal kurz Spacken, ja, jetzt ist es wieder da LOL Äh, hast du da Doch, du hattest das wieder komplett abgebaut Ich bin da gerade dank Leck und Server fast abstürzt Ja, ich weiß, mein Internet ist da noch kurz aufgefallen Ja, deshalb bin ich da gerade drauf gefallen Wundert mich eigentlich, dass du noch am Leben bist Wundert mich eigentlich, dass du noch am Leben bist Am Leben bin? Warum? Naja, weil wegen Baum oder sowas, ne? Die Welt in Terraria so tödlich Ja, theoretisch schon Okay, dieser Ball oder was auch immer ist richtig krass Fähigkeit schwimmen zu können ist lustig Ja, ist nicht schlecht Okay Wir sollten auf dieser Höhe hier Arbeiten Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, ne? Vielleicht wegen des Lavasees Okay Also wir wollen jetzt ernsthaft Müssen wir Einmal durch die ganze Welt einen Tunnel machen Ja, müssen wir Weil, ich meine, wir können es gerne einmal so probieren Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden Wegte sich die ganze Zeit Ja, die legte sich die ganze Zeit vorwärts Und zwar nicht gerade langsam Nö Also ich weiß nicht mehr genau, wie schnell die ist Aber die war nicht langsam Das sieht wunderschön aus Find ich ja Oh Nimm dir da den Haken Ich hab das Aber ich hab's getroffen Alter, weißt du, was richtig mies ist? Fällt mich anders auf Wenn du Medium Core spielst, da verlierst du ja alle Sachen Und wenn du, ähm, zufälligerweise so ne Oh, ein Lava Wenn du so ne Puppe dabei hast und dann in Lava stirbst Dann spawnst du ja mitunter diese, äh, Mauer Und dann, äh, kriegt die dich, wenn du, äh, äh, unbewaffnet bist Ja, das wär immer übelst mies Das wär immer übelst mies Das ist sinnvoll, die Aussage Was? Achso Leuchtet Nightblade eigentlich auch? Ich weiß nicht, ich glaube nicht Aber ich mein, die 43 Schaden sprechen für sich, ne? Vielleicht den so übelsten Debuff Kann auch gut sein Ich weiß, ich weiß es halt nicht Aber ich mein, äh, du kannst auch das, äh, Sonnen- oder Feuerschwert nehmen Das macht ja auch 37 Schaden Das ist auch nicht so viel weniger Ich find voll cool aus, das Nightblade Ich find das, das Feuerschwert sieht geil aus Ich mag keine roten Schwerter Ich komm nicht runter Das ist natürlich Künstler-Pech Boah, schlag ich Boah, mein Scheiß Diese Dämonen nerven ein bisschen Ja, die machen vor allem scheiße viel Ja, Captain Obvious Aber was viel mehr Schaden macht, sind diese Imps Diese Feuer-Imps Weil die haben auch noch verdammt viel Leben Vor allem Die ganze Zeit zu Feuerzauberschießen Ja Oh, ich will sprinten können Ja, das dauert vielleicht eine Weile, bis du das machen kannst Nein, du Du, jetzt bin ich vom Leib, ich baue, ja? Wenn wir versuchen Ich bin hinten Möhm Du schaffst mit deinem 35 Leben, ne? Deutlich mal sein, ja Ja Schaff ich Schaff ich sogar wirklich So Weil du hast den Dämonenzauberer professionell eingemauert Auf jeden Fall Das ist so ein Knochenwurm und deckt einfach nicht raus Ein Knochenwurm? Wurm Das ist so ein Wurm Ich hatte mir überlegen Eigentlich müsste die Fleischwand doch schaffen können Wieso? Weil diese Augen Die hatten doch, glaube ich, 3000 Leben, oder? Ja Überleg mal Ja Wie schnell wir die totbekommen haben Ja, aber auch nur, weil wir an einem sicheren Fleck standen konnten Neidermaßen Und die Wall of Flash macht Wir dürfen die nicht berühren Ne? Du musst doch mal bedenken Wir dürfen die nicht berühren müssen Permanent vor dir abhauen Das heißt, wir können nur Range-Waffen nutzen Was schon mal Scheißfisch Was schon mal ein Hindernis ist Dann Kommt dazu Dass wir halt ja immer auf diese Lava achten müssen Dementsprechend wahrscheinlich auch nicht richtig zielen können Gut, weil der Wall of Flash das nicht schlimm Weil die einfach von oben bis unten geht Weil die einfach von oben bis unten geht Und äh Was geht von oben bis unten? Geht von oben bis unten So, warte mal Ich gucke Ey, ich kann ja nicht bei dem Server connecten Weil ich angeblich schon auf dem Server bin Äh Bei mir bist du auch noch da Bei mir aber nicht Das ist sehr praktisch Okay Ähm Wir sind viel näher an der anderen Seite Das heißt, es macht mehr Sinn In die andere Seite zu bauen Also ein bisschen Ein bisschen dahin würde ich auf jeden Fall noch bauen Aber ich hole erstmal noch die eine Schattentruhe Gucken, was da drin ist Vielleicht ist da auch noch so ein geiler Stern für mich drin Denn das ist der Gedanke dahinter Luminus heißt Joint Wo war denn der? Nicht da Ja, das habe ich auch gemerkt Okay, da Den ersten Dritten Nebenturm Wer müsste das theoretische Nebenturm da sein Ah ja, der ist auch Gekonnt dran vorbeigeflogen Können auch nicht viele Okay, da ist eine dunkle Lanze drin Auch nicht schlecht Was? Äh, Lanzen sind Halb Range Halb, äh Tja Oh, eine Silberkugel habe ich bekommen Cool Was? Silberkugel habe ich bekommen Ihr bringt was? Äh, machen ein bisschen mehr Schaden Also ich habe früher nur Lanzen Weil ich halt einmal eine richtig geile gefunden hatte Ähm Muss ich mal nachher gucken Was man aus der Lanze machen kann Ähm, okay Wir bauen also in die andere Richtung Weil das praktischer ist Die spaut nämlich sowieso In die andere Richtung Weil das nämlich näher am Ende der Map ist Dann bauen wir uns also hier durch Wird jetzt dann eigentlich Wenn wir die Wand liegen Auch relevant Ähm Dass wir Wir Dass wir, äh Die Sonnenblumen alle leben lassen haben Ja, dann wird das relevant Komm schon, du scheiß Slime Was stößt denn du mich darüber? Der, wer auch immer diesen Tunnel runtergebaut hat Hat den echt schlecht Ähm 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 Also Könnte hier auch hingehen und einfach Tunnel zu den Seiten glatt machen Damit man da nicht einfach rausfallen kann Das war sauviel Arbeit Ganz einfach Du, guck mal, du siehst doch schon wie viel Arbeit das ist Hier das Ding anzumachen Wenn man da hinten runter runter macht Geht's doch relativ schnell Ähm, gut, deine Meinung Ja So Ich weiß gar nicht, was passiert eigentlich, wenn du die oben besiegen würdest Also wenn einer unten ist, der andere oben Ich glaube, das geht gar nicht Ich weiß nicht, ob es geht Äh, theoretisch sollte es gehen Es muss ja nur ein Spieler in der Hölle sein, der despawnt Glaube ich Glaube ich Das ist ja schon ein ganz schönes Kid, die wir hier Ja Hier, das Ach, du bist noch nicht da Der Nachteil bei der Lanze ist, du musst halt wohl genau den Fall treffen Das Fall macht man King Slime würde ich Ähm, gehen wir mal besiegen, der ist auch ziemlich lustig Was für... Den König Slime Hier ist mal deine Lanze Äh, hier Muss halt genau treffen mit dem Kopf von der Lanze Aber dann macht die auch ziemlich geil Schaden eigentlich Ja Und ist halt, äh, reicht halt weiter als ein normales Schwert Gut, das ist jetzt auch eine der größten Lanzen Also eine der stärksten Lanzen, die es im Spiel gibt, meine ich Ich glaube, es gibt noch ein, zwei bisschen stärkere Aber nicht viel Oh, da ist noch ein, äh, Lebenskristall Nice Warte, ich bau den eben ab Oh, ich bin voll So 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 So